Jetzt machen wir die fertig. Wenn wir die jetzt nicht fertig machen, dann sind wir einfach scheiße. Dann gibt's auch keine Ausreden mehr. Uuuuuh, Gas! Stieeefan! Ach Gott! Herzlich willkommen zur ersten Runde HelloWars! Sieh, eine ganz entspannte Runde einfach mal HelloWars zocken. Hier der Ravnus nach maximal einer Stunde wiederkommt. Das hat er doch vor 3 Stunden gesagt, oder? Das ist selbst schon eine Stunde her. Wir übertragen jetzt 2 Stunden insgesamt. Nachschubmodul errichtet. Ich weiß genau, warum du Enders genommen hast. Du baust schön Belagerungsgeschützer. Nachschubmodul aufgeregt. Holst du dann die Wächter. Safe. Der Luuuuukas. Was? Ich kann nur mit Art Dealerie spielen. Was? Ich kann nur mit Art Dealerie spielen. Was? Ich finde den, äh, wenn du Jerome hier spielst und du Jerome als Helden nimmst, den finde ich besser als bei, äh, bei Dings. Generator errichtet. Backrater. Safe. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Ausrücken, Marines. Waffenkammer errichtet. Ich bin der Lu. Was? Ich bin der Stefan. Lokale Einheiten. Ausrücken. Auftakt, Marines. Geschütz errichtet. Probierst du das nochmal hier oben, oder was? Naja, aber es ist nicht mit ihrer Ressourcen da oben. Was ist dran? Lokale Einheiten. Warum schießt der auf die Wechter? Schießt doch die Scheiße. Wollt ihr etwa deren Zielscheibe sein? Bewegung! Verhindert, dass der den Knoten erobert? Nee. Jetzt mal irgendjemand verhindert, dass Basti den Knoten findet, was? So, ja. Er hat ihn doch entdeckt, auf jeden Fall. Ja, ich meinte... Ich weiß, was du meinst. Ja. Wird erledigt. Ähm... Bodentruppen, wir schießen nicht! Lokale Einheiten. Warum geht der mehr aufseitig? Los, los, los! Bodentruppen, wir schießen nicht! Aufwachen, Leute! Der Feind! Los! Was? Der Feind! Ich weiß, ich bin nicht mehr auf! Bin nicht mehr auf die Weibelrad. Das ist der Weg, was ich nicht mehr so einsoll! Alle Einheiten. Weisliche Bodentruppen wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Warum greift er deine Basis hin? Hm, ich glaube weil er noback ist. Das glaube ich allerdings auch. Lokale Einheiten. Zentralen Upgrade abgeschlossen. Lokale Einheiten. Geschütz aufgerüstet. Nachschubmodul errichtet. Bazooka erforscht. Generator errichtet. Lokale Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Nicht zu hängen lassen Marines. Generator Upgrade abgeschlossen. Los geht's. Get neust elevator find Google nach vorne. Okay! L Bis zum nächsten Mal dacke ich in Ruhe. treasurest Look height, Find個 E and cure. L Pin Feuerbasis errichtet. Logistikstufe 1 erforscht. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Kodiak ist bereit. Zeugen Sie mir ein Ziel und ich lasse es verschwinden. Suche Ziel. Luftfahrzeug-Depot errichtet. Gleichabschluss bereit. Geschütz errichtet. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wie die dann Geschütze auseinanderpflücken, ey. Nachschub-Modul-Upgrade abgeschlossen. Geschütz errichtet. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wachtturm errichtet. Die nehmen auch mein Fahrzeug komplett auseinander. Nachher soll. Wir sind unterwegs. Unsere Verbündeten wird angegriffen. Was ist da? Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Naja. Wieso kriegen die den Scheiß da nicht noch? Rück auf. Ach Ficke. Ich bin unterwegs. Naja. Du hast deine Basis nicht verloren. Aufgeschlossen. Hm. Ja. Ja. Bei mir merke ich doch, dass die Warthog-Ersatz sind, aber... ja. Ist so unfassbar. Und Heilung hin. Bleibt doch im Kreis stehen, damit ihr die Heilung mit bekommt. Die Heilung sind aus, damit ihr alle schicken könnt. Die Power-Wall ist eine Maschinenung, der dann sich mit den Strom auch ausмusen. Und die fangen den Strom auch ausmusen. Nachschub-Modul Upgrade abgeschlossen. Lokale Einheiten. Shop-Munition erforscht. Pfff... Naja... Was ist eigentlich mit dem scheiß Aatrox, von dem war ja noch gar nix zu... Ja, der kommt gleich mit drei Scarabs an, was wir sehen. Cyclops ist bereit, ein paar Fahrzeuge zu schrotten. Vor allem nicht mal die Fahrzeugabwehr konntest du jetzt auch total vergessen gegen die Mechs. Ja, ja. Reparaturdronnen unterwegs. Kodiät einsatzbereit. Reparaturdronnen unterwegs. Wenn Sie es sehen, kann ich darauf schießen. Wird aktiviert. Achtung, weiter! Infanterie Level 1 erforscht. Unsere Basis wird angegriffen. Geschütz aufgerüstet. Man, diese scheiß Fähigkeit auch, dass die keinen Schaden bekommen können, ne? Bleh. Fahrzeug Level 1 erforscht. Oh nein, da kommt der Strahl. Ohhhh... Ohhhh... Bitte wieder alles auseinander nimmt der Strahl, ey. Anführerfähigkeit. Das war noch der schwache Strahl. Befestigungs-Level 1 erforscht. Lokaler Einreden. Die Routine-Level 1 erforscht. Geht's ja auch nicht. Schaust mal. Schein's ein bisschen besser zu gehen. Noch. Der reibt sich jetzt hier schon die ganze Zeit an meinen Wächtern auf. Ehe der zu mir richtig vorstößt. Ich baue jetzt noch einen Kodiak. Die Wester schießen denen auch schon direkt den Schild weg, das macht den dann halt schon direkt anfälliger. Ich habe jetzt hier vier Kodiaks und dann auch das Belagerungsgeschütz. Da macht der die Fähigkeit auf mich. Ich glaube du hast da einiges freien Mut genommen da gerade. Kann sein, ja. Ich glaube der Worte hat gerade gut kassiert durch die Fähigkeit. Was muss geflickt werden? Splitter Sprenggranate erforscht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Verstärkungslevel 1 erforscht. Oh ne scheiß Snowback, ne? Hm. Infanterie Level 3 erforscht. So wie er jetzt bereit ist. Jawohl, ja. Verzeigen Sie mir ein Ziel und ich lasse es verschwinden. In Bewegung. Feindliche Fahrteuge verfolgen mich. Oh nein, 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 nein. Strahl, 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 Strahl. Ah, der weiß auch genau, wo die sich hinbewegt haben, ne, leck mich doch, ey. Eigentlich ist der Radu viel zu klein, um das sehen zu können. Ja, eigentlich ist das schon ein bisschen fick. Ich muss mir mal raten, wo die sich ungefähr hinbewegt haben, könnten die Einheiten. Er weiß das natürlich gezielt. Kannst du mal kurz mit irgendeiner Einheit hier hingehen? Danke. Bitte. Halt sie wieder zurück. Wieso fliegen die scheiß Nachtigall jetzt aber wieder so weit nach vorne? Weil die den unbedingt heilen wollen. Ja, meine Fresse, ey. Sehr flechtbewusst, die Jungs. Ach, dumm nenn ich das. Dumm schmumm, sag ich immer. Fahrzeug Level 3 erforscht. Das ist eine erfüllende Arbeit. Lokale Einheit. Ich hab mir schon mal ein paar Drecksäcke. Ihr hängt mir ein Fahrzeug auf den Hals, Schweine. So, ich hab jetzt gleich fast alles fertig entwickelt. Ja. Dann können wir gerne mal probieren, wobei wir dürfen nicht hier rumgehen. Hier ist zu voll. Wäre vielleicht am besten, wenn du dann obenrum hier hinten anfangen würdest, den abzuficken. Ja, hatte ich vor. Ja. Ich wollte noch mal in der Messe dann vorher machen. Granatenwurf erforscht. Ich hab fünf Kodiak-Sides und das ist halt schon gefühlt meine halbe Messe. Ich kann eh nicht viel ausrichten. Weißt du was? Machen wir noch einen sechsten, ey. Geh mal richtig aufs Ei. Kampfmechaniker erforscht. Alle Einheiten. Ich denk mir immer die Midi-Base. Ich sech. Brauchst du Ressourcen? Du fährt also blauer. Ne, blauer hab ich 5000. Geschütz errichtet Gelb habe ich zwar gerade nur 500 Aber als ich jetzt Alle Forschungen habe Für Gelb sollte das sich jetzt eigentlich Ansammeln Ich habe jetzt hier gerade Nochmal Er hat jetzt auch die dickeren Dinger Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an Wir haben ein Feindgebäude Die Überstärkung Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Befestigungslevel 3 erforscht Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an Komm, macht doch die scheiße Händler mal kaputt Unsere Basis wird angegriffen Hehehe Na, der hat hinten jetzt auch Kodioks stehen Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Die sind halt nicht so geil wie meine Ne, die sind nicht so geil Wir haben ein Feindgebäude zerstört Aber wir holen sich nicht mehr Wir haben ein Feindgebäude zerstört Unsere Basis wird angegriffen Wir haben ein Feindgebäude zerstört Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Wir haben ein Feindgebäude zerstört Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an Alter steht da viel Alter finde, ey Wir haben ein Feindgebäude zerstört Ich glaube, du hast keine Gegenwehr kann das sein Ich glaube, alles steht hier Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Anführerfähigkeit bereit Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Ja, wenn ich sprechen habe, das ist gerade kurz lecker Ja, alles gut Ich habe hier sogar jetzt schon Marine-Trupps hier von mir Level bekommen Weil die einfach nicht sterben Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen Anführerpunkt erhalten Acht, äh... Krieg ich es gerade? Ja, habe ich gerade genommen Ne, kann ich gerade nicht Ah, okay, hast du ja Gerade schon genommen Unsere Basis wird angegriffen Ach guck mal der Raff ist wieder da Höchstens ne Stunde Anführerfähigkeit bereit Wir haben ein Feindgebäude zerstört Unsere Basis wird angegriffen Jetzt sogar die Minibase zerstört zum Noback, eh? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an Alle Einheiten Dann gehen wir mal Ich werde dich zurück Wenn wir hier sind in den Was ist jetzt schon wieder? Reparaturdrohnen unter Wind. Geht's auf den Sack? Geht's auf den Sack? Feinde gesüchtet, lasst euch nicht zu sehr zusammenschießen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Zügelmänner erforscht, Stolldüsen erforscht, Obwelt erforscht. Geht's auf den Sack? Geht's auf den Sack? Geht's weg. Ja, aber bei der ersten Runde... ZDG, hm? Das ist echt toll. Hat ja maximal eine Stunde gedauert hier gerade. Was habt ihr denn jetzt eine Stunde? Oh, was geht's jetzt? Nö. Solange wie du weg warst. Eine Runde? Nein. Er hat jetzt natürlich gerade gut verloren, der Typ an Einheiten. Es könnte jetzt natürlich sein, dass die jetzt bei dir wieder alle auftauchen. Wer er neu machen muss. Die beiden jetzt hier immer noch total viel rumlaufen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Nicht so schlimm. Ich versuche ja... Ich habe hier gerade mit Absicht... ... eine Figur geopfert als Spieler. Marines meine ich mit. Ah! Ich habe ja hier nur vier Belagerungsgeschütze gleich. Deshalb... Ich warte erstmal, bis die gebaut sind. Das sieht dann bestimmt schön aus, wenn die bei dem einschlagen. Wenn ich den gleich angreife. Ich habe ja das mal einen Fluss zu holen, ich bin nicht alle gleich mal. Machen wir mal ein bisschen los. Mal bin ich ganz nah. 2. 3. 3. Ah, jetzt ist hier gerade glaube ich wieder richtig viel, ey. Boah, die Belangerungsgeschütze knallen jetzt aber alle vier hier. Das rumsau ordentlich, ey. Also wenn du wieder was hast, hier sammelt sich das gerade komplett. Wir haben ein Faltgebäude zerstört. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Wir haben ein Faltgebäude zerstört. Wir haben ein Faltgebäude zerstört. Wenn du Lust hast, kannst du dann hier gleich bauen. Jo. Dann auch ein paar Belagerungsgeschütze. Ja, die kannst du da hinbauen und dann machen wir die drei Basen. Dann kommen da auch die ganze Zeit Wächter. Ja. Ein Cyclops hat Stufe 2, weißt du. Wann kriegt man mal einen Cyclops, der Stufe 2 hat? Das ist euer Halt. Wenn man... Das ist Wahnsinn. Wenn man Jerome spielt. Wenn man die im Dings hat dann, ja. Aber ansonsten... So, du kannst. Ja. Der hat uns nicht ärgern dürfen, der Typ. Der selber stimmt, ganz ehrlich. In den zwei Runden vorher, ja. Unsere Basis wird angekündigt. Ist halt... Wenn ich hier einen Anführer habe, mit dem man was anfangen kann, dann hat er halt keine Chance. Das Schöne ist, meine Mästertons heilen sich auch noch gegenseitig. Ist doch ziemlich nice. Nicht die Marines da drinne. Abschluss meines Spiels bestätigt. Die Basis unserer Verbündeten wird angekündigt. Abschluss meines Spiels bestätigt. Oh! Ja. Oh! Ah! Um! Und dann! Oh! Ah! Oh! Wenn man auf die Karte guckt, sieht das aber hier auch schön aus, alles blau. Ja, schade, dass man die Wächter nicht sieht auf der Karte. Manche sieht man, nur diese... Dann wäre es hier richtig blau, diese eine Fähigkeit da, Wächternetzwerk heißt die. So, fangen wir doch mal an, hier die Belagungsgeschütze zu brauchen. Feindliche Fahrzeuge verfolgen nicht. Schick dir in feurige Größe von mir, Leute. Generator errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Nachschubmodul errichtet. Anführerpunkt erhalten. Generator-Upgrade abgeschlossen. Unser Basis wird angegriffen. Paserne errichtet. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Anführerpunkt erhalten. Geschütz Nummer 2 steht. Schütz errichtet. Hier sind jetzt reiche der Schmerzgeraden. Wir sind in Schwierigkeiten. Oh, die ziehen sich glaube ich gerade alle zu dir, bei mir ist sie nicht ruhig. Ja, ich habe den Energieknoten. Fand der nicht so geil, ne? Klassiker. Schütz Nummer 3 ist da. Alle Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Dann greif ich jetzt meine Base hier vorne an. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Lokale Einheiten. Oh, der Rot hat ja nur noch seine Hauptwärtssicht gerade. Oh, scheiß Strahle. Ja, wie lange geht ihr eigentlich noch? Was war's mit meinen schönen zwei Sterne? Schon unterwegs. Ich sitze etwas in der Klemme. Wo bleibt die Verschärkung? Scheiß Strahle. Ich hasse ihn. Haben wir noch welche in Reserve? Naschenkel ist bereit. Ich habe auch mal hier wieder ein Geschützin. Anführerfähigkeit bereit. Unsere Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Wir sind unterwegs. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Lokale Einheiten. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. 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 Wir haben ein Feindgebäude. Wir haben ein Feindgebäude mit Fläche. Wir haben ein Feindgebäude. Wir haben ein Feind. Ah, der rote hat ja nicht zu melden gehabt, ey. Der hat auch nur eine Base. Echt, ja? Oder hatte der ganz hinten die Base, da hab ich nicht drauf geachtet. Keine Ahnung, ich hab die so schnell weggemacht, ich wüsste nicht mehr. Wir haben ein Zeitgebäude zerstört. Weil hier vorne hatte der gelb ja alles gehabt. Ja genau, hauptsache nochmal den scheiß Strahl auf mich, ne? Genau. Zum Glück nicht auf mich. Ein Feind hat alle seine Base verloren. Oh mein Gott. Starten wir, drücken auf. Die Brücke auf. Gibt es hier Fahrzeuge zu verschwunden? Ah ja, nein. Genau, nochmal ne scheiß Fähigkeit auf mich, ey. Ich bin jetzt auf die Ressourcen gespannt. Hat die nicht mehr gezählt? Also hoffe ich, dass die nicht mehr gezählt hat. Ich hab nämlich doch alles verloren jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Na guck mal, äh doch. Der hatte sechs Basen, der rote. Und die Mini-Bases hat er wahrscheinlich gehabt. Ja, die Mini-Basen ziehen ja auch mit, ja. So, Ressourcen. Haha, die Energie. Die hat Zeug klappt. Hahaha. Hm. Was? Easy. Was? Ich hab die wenigsten Anführer-Fähigkeiten? Bullshit. Ja, du hast da schön abgekämmt alles mit denen Geschütze. Aber du hast 277 Einheiten so stört. Ich hab auch 255 verloren. Wobei, ja gut, ich hab jetzt zwei Strahls noch am Ende abbekommen. Aber vorher hatte ich auch kaum was verloren. Ich denk mal, die ganzen Wächter zählen dazu. Ja, genau, die Wächter. Also ich hab, glaub ich, bestimmt 200 Wächter verloren. Aber nur 50 Einheiten so in etwa. Hm. Hm. Na, Raffnuss, bist du auch dabei? Beide runter, oder? Scheiss. Scheiss. Bastard, ey. Mehr als auf... Mehr als auf Puppes gerade.